Nein, das ist heute mal ein bisschen später geworden, aber es war nicht meine Schuld, die Server waren offline für etwa eine Stunde und deswegen konnte ich jetzt erst anfangen zu streamen, also nicht wundern. Ich, ja, ich mach mal los und dann wird's ganz famos, glaub ich. Ja, auf dem Set ist immer ein Brett. Ganz genau, da wirst du lange dran sitzen und auch viel Zeit. Das ist eine perfekte Möglichkeit, für uns zu starten das System, zu investigieren die Star und verbessern unsere Verständnis von dem, was passiert. Ich möchte, dass du, diese Investition zu führen, herauszufinden, warum diese Star ist plötzlich zu sterben und sicherlich, dass es nicht eine Gefahr an irgendwelche Welt oder System zu sein. Die Star Trek, willkommen zu den Allies von der Europäischen Republik in Earth-Space-Dark. Und was soll still werden? Ach verdammt, ich muss noch mal kurz einen Charakterwechsel machen. Scheiße. Doppelscheiße. Mal kurz bei dem rein. Ach Gott. Doppelscheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt! Ne, schon lange nicht mehr von Fifi gehört. Muss man sich bei Fifi auch nicht wundern. Brauch ich nicht sagen. Die wissen, dass da nichts dazugehört im Team. Das wissen die. Am Anfang sollte er dazugehören, aber da er sich aussucht, wie er online ist, bringt es ja nichts. Und da haben wir auch gesagt, es bringt nichts, deswegen ist er zwar in der Flotte, aber so gesehen, ja, nix eben. Danke schon. Aber ich bin gnädig. Ich weiß nicht, warum ich immer so gnädig bin. Ich sollte ein Arschloch werden. Ne, jetzt bin ich ja schon. Das ist eine gute Idee eigentlich. Das ist auch eine Idee. Ja, du passt sowieso zu viel. So, jetzt habe ich noch einen davon. Ja, ein bisschen Kapitel fehlt mir noch. Wo kann man die ganzen Kapitel eigentlich nochmal nachsehen? Weißt du was noch? Ne, ne? Navigation? Ne. Soziales? Ne. Laden? Ne. Option? Ne. Oh Gott, wo drunter war das nochmal? Weißt du noch, wo drunter das war, die Errungenschaften? Hallo? Ne, auch nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, wo die Errungenschaften waren, verdammt. Ich möchte das doch nur wüsste. Da war es auch nicht. Da war es sowieso nicht. Ah, Auszeichnung, da haben wir es doch. Mensch, ein Missionslogbuch. Äh, unter was waren das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Tötungen, Tötungen, Tötungen. Ne, Tötungen ist es nicht. Geschichtenerzählerauszeichnungen. Da haben wir es. Oh Gott. Die letzten Tage der Dewaner muss ich auch nochmal. Ich glaube, ich werde heute mal ein paar Folgen nochmal machen. Wird lustig. Na so, da bin ich ja hier erstmal fertig. Da habe ich das Ding abgeholt. Was? Sieht irgendwie aus wie mein Onkel. Nein, ich hoffe. Ach, bitte. Ja, bitte. So. Hat dann gerade jemand High gesagt? So, wo ist Kollegos? Den lade ich mal ein. Und ich wollte mal kurz was hübschen, denn... Was denn? Nein, hab ich was falsch gesagt. Ich glaube, den Anzug werde ich auch gleich mal ändern. Wenn man Zeitagenten sieht irgendwie zu normal aus. Gott, wie lange braucht der noch? Endlich, meine Fresse, wie lange der Gebrauch hat. Kommt dann okay. Jetzt wird die Klang meines Charakters ändern. Sollte cool aussehen. Nicht so normal. Wieso was passiert? Gestorben. Oh, hat Puff gemacht. Können Sie gerne nochmal nachhelfen? Nee, ich sagte, wir können dir gerne nachhelfen. Nicht ich, sondern wir. Ja, das sieht doch schon netter aus. War nicht nett genug. Jo, ich hab keine. Oh Gott, nee. Raumschiff. Enterprise. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, Spaß. Nee, sieht so angeberisch aus. Das gefällt mir schon gut. Abzeichen. Was? Hüft? Ne... Unten. Könnte ich sagen, sonst bin ich. Egal, dann lassen wir es so wie es ist. Änderung speichern. Jetzt sieht er nicht netter aus. Ja, ich habe sein oberes Teil geändert. Jetzt hat er keine Uniformen mehr direkt an, sondern eher so ein Körperpanzer. Sieht er so danach aus. Und da ja sowieso jeder hier wirklich... Ja, ich will, wie gesagt, bei Sky Titanit werde ich zum Beispiel nur Brückenoffiziere richtig schön klein machen. Ja, so wie Titanit selbst. Musst richtig zu dem Captain passen. Ja, das Schwachste. Ja, aber dafür muss ich ihn erstmal auswählen, glaube ich auch. Und so weiter. Aber jetzt erstmal diesen Charakter. So, transporten. Apropos transporten. Da muss ich gleich mal den Ruf nachschauen. Da müsste, glaube ich, jetzt auch bereit sein. Ja, da, 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 da. Äh, die Ferra? Warte mal, die Invasionszone, die Ferra? Oh, das, das nervige Ding, ja, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, er ist, war zum Kopf flüssig.